Wie finden Sie effektive Tricks und ausgeschlafene Tipps für wasserdichte Verträge? Entweder wie Sie sie abschließen oder wie Sie solche Verträge erst gar nicht auf dem Leim gehen. Sie sind vielleicht auch folgender Meinung, ich habe noch nichts unterschrieben, also gibt es keinen Vertrag? Denkste und ob Sie einen Vertrag abgeschlossen haben, schon dann, wenn Sie einschlägige Absichten mündlich bekundet haben und sei es nur so nebenbei. Sobald Ihr Gesprächspartner dafür einen Zeugen aufbringen kann, sind Sie an diesem mündlichen Vertrag gefesselt. Diese und weitere überraschende Tatsachen rund um die Vertragsgestaltung lesen Sie in meinem Ratgeber der Vertragsfuchs, den Sie sonst nirgendwo kaufen können als über mich. Mit diesem Ratgeber decken Sie fiese Tricks gerissene Vertragspartner auf. Untersuchen Sie damit Ihre eigenen Verträge. Mit dem Wissen aus dem Vertragsfuchs entdecken Sie oft mehr Schlupflöcher, als Sie glauben. Dieser Ratgeber macht Ihnen die wichtigen Grundsätze klar, die Sie vor und bei einer Vertragsunterzeichnung unbedingt beachten und berücksichtigen müssen. Es zeigt Ihnen auch, wie Sie Verträge wieder lösen können. Nutzen Sie geballtes Insiderwissen für aktuelle Vertragsprobleme, das Sie immer wieder gebrauchen können, vor allem, weil es Ihnen sonst niemand anderes sagt. Warten Sie nicht ab. Starten Sie lieber durch mit meinem Retter in der Vertragsnot, der Vertragsfuchs. Starten Sie lieber durch mit meinem Retter in der Vertragsnot, der Vertragsnot, der Vertragsnotch, starten Sie lieber durch mit meinem Retter in der Vertragsnot. Aktuell werden Sie immer wieder vermeiden, mit meinem Retter in der Vertragsnotch,